So wird es dann für einen Fahrer aussehen? Ganz genau. Das ist eine der Stärken des Produkts, dass wir eine sehr detaillierte Integration des Fahrers und damit des gesamten Fahrerprozesses in diese Planungslösung erreichen können. Und wir haben unterschiedliche Geräte jetzt hier, die grundsätzlich aber alle von der Bedienung sehr ähnlich sind. Wir haben hier überall große Touch-Flächen, wo ich auch mit einem großen Daumen drauf drücken kann und alle einzelnen Buttons sind neben der Beschriftung auch mit einem Icon versehen. Wenn ich zum Beispiel hier auf die Schaltfläche Aktuelle Tour mal drücke, dann sagt er zum Beispiel, jetzt war ich noch in der Endladung, jetzt bin ich in der Leerfahrt und diese Information geht jetzt direkt zurück ins Office und der Disponent weiß ganz genau, was bei dem Fahrzeug passiert, ohne dass ich irgendwie anrufen muss, ein Handy nehmen muss oder ähnliches. Für die gesamte Fahrzeugflotte habe ich laufende Transparenz über den gesamten Transportprozess.